Großer sei Dank. Wo war denn der andere eigentlich? Da. Da war so low. Hätte gar nichts. Och guck mal Werner, guck mal, guck, guck mal. Und die kommt außerhalb vom Kreis runter. Aber was soll's, ich habe jetzt eine M24 und habe mit einer Gorsa mir die M24 erschossen. Habe jetzt aber nicht mehr wirklich Muni für die. Aber Leute, die ist ja absolute Wahnsinn. Die hat kein Mikol, nichts Werner. Rotpunkt drauf und knüppeln. Habe ich nicht. Du hast mich nicht in den Stich gelassen. Du warst ja nie da. Du hast mich doch da hingeschickt. Das tun wir hier nicht die Tatsachen verleiern. Ich hole den auch noch dort. Kann ich nicht. Du willst eine M24 und eine AWM haben. Ich habe eine M24, Werner, komplett full equipped. Wangenpolster, Extended, Quick Tour, Mündungsfeuer, Dämpfer. Und die Kills waren mega geil. Da musst du jetzt mal sagen, kannst du sagen, was du willst. Aber die waren mega geil. Sorry, war Kacken. Ja, ja, ja. Hast du beim Kacken, kannst du genauso gucken. Die haben mir auch gedacht, wo kommt denn die Küste der Hohrader? Ich bin ja gerade eine Weltreise in den Boot gemacht, um die Kiste im Wasser zu looten. Nein, der hat mich aber mit der M24, hat er mich zweimal gehittet, ja. Ich hatte, ich hatte noch volle HP, also ich hatte danach noch 20 HP oder sowas, ne. Total krass. Entweder hat er mich in den Arm getroffen, oder das Spiel hat mal wieder random gezeigt, was es kann. Ich bin eine übelste Arsch-Pussy, irgendwie habe ich das Gefühl. Würde mich deutlich wohler fühlen, wenn der Kreis schon da wäre. Das Geile war aber natürlich das Glück, du mähtst den Typ weg, der hat die M24, du machst das übelste Gorsa-M24-Duell und dann kommt einer von hinten und mäht den Typ mit der M24 weg. Und dann kommst du ran und nimmst die Gorsa und füllst die weg, Alter. Das ist natürlich episch gewesen, muss ich mal sagen. Wie lange braucht denn der Kreis? Das Gefühl, aus den Häusern kommen halt noch welche, deswegen bin ich hier noch so ein bisschen. Auto? Ach du Scheiße. Deine Hütte da oben. Da. Komm mal, Karl, was. Nein. Ja, da hoch geh ich nicht. Ja. Weil es sind noch 22 am Leben und davon sind wahrscheinlich 21 in Novo. Ne, 20 in Novo und einer auf der Antenne oben. Von hier hinten soll das eigentlich... Ach, nee, 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 nee. Martin spricht den Satz nicht aus. Weil immer wenn du das sagst, ist plötzlich dann inner da. besoinっríeux. Gott, давайте convictionst� psychische Musik. Das sagst mir. Ja, das war's gut. Oh Gott, der Kreis. Na klar. Und die Arschpussy geht an... KKKKKKKK Gartman! Oh mein Gott. Oh, die tut weh. It hurts. Oh, ey, muss ich eigentlich immer den weitesten Weg nehmen? Ich seh' nicht. Ey, guck dir das mal an, ey. Puh. Gott, ich hasse die Insel hier unten sowieso schon. Und das ist die Insel hier unten. Oh! Der war nice, der letzte. Beide nice, aber die haben beide Dreierhelme. Mit der AWM wären sie tot gewesen, ich habe die extra in den Nacken geschossen, also den einen, den ersten habe ich extra in den Nacken geschossen, weil ich mir dachte... Vielleicht bringt das was. War irgendwo der andere Bimbonese. Oh Gott, der Kreis kommt schon wieder. Jetzt laufen sie unter der Antenne. Es ist total doof, was ich gemacht habe. Oh, der bedämpfte SKS irgendwo. Alter, links würde ich sagen. Lol. Oh Gott, die sind ja hinter dem Hügel. Der ist nicht drin, der Hügel. Doch, doch, der Hügel, guck mal da. Ein Stück ist drin. Oh, sie ruhen da dem Oh! Warum machen die denn so was, wieso schießen die auf mich, ich bin noch friendly. Gut also einer, aber ich habe hier eine verdammt gute Position. Oh der ist halt auch noch drin hier. In der Baum da? Du hast doch gerade übelst gescheußen in der Ecke. Ja. 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 Das sind immer noch fünf andere. Zwei sind im Turm. Zwei sind in der Farkbehote da vorne. dann sind wir noch in der Insel noch blaue Fackbehörte ist raus, also ich denke mal links und rechts ist raus unten im Turm, den siehst du doch weil mit der Explosion, ja, noch vier andere, oh Gott Fackbehörte ist gut Oh was mit der Saiga, ach komm schon Oh wie bitte, Alter, ich hasse diese Schrotflinten-Pfotzengesichter So eine geile Runde und dann solche Pümelgesichter, die mit der Saiga angerannt kommen Mange!